Genso Wakabayashi. Wer war der größte Torwart aller Zeiten? Lars Bender. Wie ist Ihr Name? 30. Wer alt sind Sie? Rechtsverteidiger. Welche Position gibt Ihr aus? Bayer 04 Leverkusen. Welcher ist Ihr Klub? Bundesliga. Welche Liga spielen Sie? Strafraum. Woher gehen Sie meistens? Raumfahrer. Woran sind Sie noch interessiert? Kaiserschmarrn. Was ist Ihr Lieblingsdessert? Käpt'n Tsubasa. Wen haben Sie als Kind gern zugesehen? Genso Wakabayashi. Wer war der größte Torwart aller Zeiten? Watzmann. Wo gehen Sie gern wandern? Rosenheim-Cops. Was schauen Sie in Ihre Freizeit? Rot. Welche Farbe mögen Sie gar nicht? Apfel. Auf was reagieren Sie etwas allergisch? Mickey Maus. Welche ist Ihre Lieblingszeichentrickfigur? Wandern. Was tun Sie in Ihrer Freizeit? Korkenzieher. Was brauchen Sie, um Ihren Lieblingswein zu öffnen? Peter Maffay. Wen hören Sie so gar nicht? Social Media. Wo treiben Sie sich überhaupt nicht rum? Tomatensuppe. Was essen Sie als Vorspeise? Lkw. Wofür brauchen Sie noch einen Führerschein? Golf. Wo haben Sie jetzt Ihr neues 21er-Hindicap? Gummibärchen. Was essen Sie am liebsten beim Fernsehen? Armbandruhe. Gummibärchen. 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 Ja, okay. War in Ordnung. Ich bin zufrieden. Sehr gut. Manchmal ist es natürlich dann schon am ehesten. Was treibt er denn? Aber okay.